Aber ich glaube, ich muss zu der Siedlung, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir gar nicht so sicher, wo ich hier muss. Jetzt ja, mir löst sich alles auf. Rennen! Ja, witzig. Ich muss natürlich erst da hinlaufen. Hm, Ezio wird da nicht hochgekommen. Hm. Was war das? Es ist ein Baumstamm hier. Ich dachte schon, Baumstumpf, nicht Stamm. Baumstumpf. Oh. Hat funktioniert. Nice, ey. Und das ohne Ladesequenz. Ziemlich cool. Rücke des verlorenen Sohns. Willkommen zurück. Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant, wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Hm, was ist da drin? Wow. Mach schon, bevor ich meine Meinung endere. Das sind... ...zwei versteckte Klingen. Hey, Hilfe! Der schreit nach Hilfe. Okay. Warum unterbricht er uns? Was ist hier los? Hey, Hilfe! Hey, Hilfe! 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 Oh, ich sollte rausgehen. Hilfe! Ich sollte dem wirklich helfen. Hilfe! Hilfe! Oh, komm, bitte! Hilfe! Er wird sterben! Rettung aus dem Fluss. Er hat keine Zeit! Bitte komm! Das gefällt mir! Das gefällt mir! Direkt mit zwei versteckten Klingen, der junge Knabe, Mann. Ich hab's aber ganz schön weit gelaufen. Da unten! Er ist gerade unter der Brücke durch! Ach du Kacke, wie kann ich... Wie kann ich den retten, ey? Ich soll das Wasser nicht berühren. Was? Ich will ihn wohl öfter gar nicht... Was? Ich will ihn wohl öfter gar nicht. Nein! Nein! Hallo! Ich möchte vom letzten Checkpoint laden, da ich zu dumm war und, äh, mal wieder nicht aufgepasst habe. Dann ist es ja nicht so mal... Oh. Will erlichen Glückwunsch! Oh. Oh. Das wäre knapp, Mann. Ja, Mann, rat mal, was ich vorhabe, du Idiot. Ja, Mann, ich komme doch schon. Scheiß drauf, Mann, der stirbt gleich. Zu spät. Ich habe verkackt, er ist an dem Wasserfall angekommen. Shit, Mann. Ich war zu langsam. Okay, so, man ist direkt hier. Hilf mir, bitte. Hilf mir, bitte. Zur Hilfe. 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 Hilf mir, bitte. Und sein Hilfe-Geschrei hilft ihm auch nicht. Hilf mir, bitte. Ich kriege das nicht mehr zu 100 Prozent, das ist ein Kommen. Hilfe. Hilfe. Ja, wenn ich ein bisschen schneller gewesen wäre. Egal. Was dieser Holzkopf dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Wen nennst du einen Holzkopf? Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf den Baum steppen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Ich könnte Holz gebrauchen. Ich bin nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Das ist ja gut. Verdammt. Ja, habe ich keine 100 Prozent Synchro geschafft. Das ist nicht schlimm. Das ist mir wurscht. Total wurscht. Die Ruhe wird mir fehlen. Aber das Holz können wir gut gebrauchen. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Connor gefällt mir. Was nützlich ist. Ja, wenn wir mal aufladen. Zu Big Clay bringen, und dann müssen wir sie abladen. Richtig. Dann ist aber die Essenszeit schon lang. Okay. Kann ich ja auswählen, oder muss ich zu Achilles? Weil dann würde ich jetzt erst gerne diese Einwohner da. Äh. Naja. Das ist auf der Karte nicht angezeigt. Gut, dich auf den Beinen zu sehen. Oh, ja. Das Besser muss arschkalt sein. Boah. Tiefer Schnee. Sehr tiefer Schnee. Ach, Bäume. Hui. Okay. Seht ihr das? Oh ja, bin ich blind. Da liegt ne Krücke. Egal. Nicht schlimm. Kann ich vielleicht hier hoch? Ne. Und ich finde herausfassend, was ich so wichtig war. Einst traf ich ihn, den Käpt'n. Er war sieben Fuß groß, ungelogen. Das sag ich dir. Beine wie Bäume und Arme wie ein Schmied. Hat mir fast die Hand vom Leib geschüttelt. Da konnte ich es fühlen, als ich ihn traf. Keine Waffe konnte dem Mann ein Leib zufügen. Was ist so, was ist er für einer? Ist er so eine Art Penner? Die Ausbildung beginnt. Na ja, ich sollte die Mission erst starten. Wäre von Vorteil. Sag dir, hau ab, Bursche. Sprichst du das Königsprache nicht? Haben sie dich gesehen, alter Mann. Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du konntest. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manier. Sie ist immer noch die Schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akiya-Bursche. Das Phantom der Nordmeere. Das Boot. B-B-Boot? Sie ist ein Selbstmordler und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles in Stand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor. Ja. Ja.